Die Copa America 2007 war die 42. Ausspielung der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 26. Juni bis 15. Juli zum ersten Mal in Venezuela statt. Wie seit dem Turnier 1993 nahmen wieder zwei nicht-südamerikanische Gastmannschaften teil. Dies waren diesmal neben Dauergast-Mexiko, das bereits zum siebten Mal teilnahm, noch die USA mit ihrer dritten Teilnahme nach 1993 und 1995. Gespielt wurde in einer Kombination aus Gruppenphase und anschließender K.O.-Runde. Die Gruppenphase wurde in drei Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt. Die Auslosung dazu fand am 14. Februar in Caracas statt. Das Viertelfinale erreichten die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten. Bei Punktgleichheit entschied das Torverhältnis. In der Finalrunde gab es im bei einem Unentschieden nach 90 Minuten im Gegensatz zu den letzten Turnieren eine Verlängerung und erst danach gegebenenfalls ein Elfmeterschießen. Die Spiele der Gruppenphase wurden bis auf einige Ausnahmen, wie schon mehrfach in der Vergangenheit, im Rahmen von Doppelveranstaltungen jeweils an einem Tag im gleichen Stadion ausgetragen. Gastgeber Venezuela erreichte bei diesem Turnier erstmals in der Geschichte der Copa America das Viertelfinale. Brasilien konnte seinen Titel von 2004 erfolgreich verteidigen und gewann seinen insgesamt achten Titel bei der Copa America. Die Selecau war durch diesen Sieg für den FIFA-Konföderationen-Pokal 2009 in Südafrika qualifiziert. Die Kader der Teilnehmer Spielorte Gruppenphase Jeweils Ortszeit Neben den jeweiligen Gruppen Ersten und Zweiten erreichten die zwei besten Drittplatzierten das Viertelfinale. Finalrunde Jeweils Ortszeit Viertelfinale Halbfinale Spiel um Platz 3 Finale Beste Torschützen Beste Torschützen Sprechen Blanche Kader Blanche Kader 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 Kader